Reisen ist wie verliebt sein. Selbst die vertrauteste Umgebung erscheint einem neu. Die Wiss Reisen AG ist ein Transport- und Reiseunternehmen mit Sitz im soloturnischen Buhningen. Die Firma besteht seit über 60 Jahren und wird von Reto und Susanne Wiss erfolgreich in der dritten Generation geführt. Reisen Sie sparsam, umweltschonend und sicher. Ein Car benötigt durchschnittlich nur 7 DL-Treibstoff, um ein Fahrgast 100 Kilometer zu befördern. Außerdem werden unsere Mitarbeiter regelmäßig weitergebildet und stehen in jeder Zeit für Fragen zur Verfügung. Im Baugewerbe ist Wiss Reisen AG mit 8 Kipplastwagen auf den Straßen anzutreffen. Ob ein kleiner Kipper für enge Gassen oder ein großer für hohe Nutzlast, mit oder ohne Thermosilo, wir haben stets die passende Lösung für Sie. Außerdem ist Wiss Reisen AG täglich mit seinen 11 Postautos im Goy bis Olten unterwegs. Bei Wiss Reisen AG werden Ihre Wünsche großgeschrieben, denn wir holen Sie in Ihrem Wohnort ab oder bieten Ihnen auch Gratis-Parkmöglichkeiten auf unserem Areal in Bohningen an. Ob Sie einen gemütlichen Tagesausflug bei uns buchen oder Sonne am Mittelmeer tanken möchten, wir sorgen dafür, dass Sie entspannt genießen können. Unsere Reisen sind mit Sorgfalt geplant. Wiss Reisen AG